Freu dich auf Enisa Armani! Ich hab direkt Scheiße gebaut. Oh nein, so ist immer in meinem Leben. Hallo. Enisa Armani! Ich hab Scheiße gebaut. Was geht ab, Nightwash? Hi! So viele Mädels, was geht hier ab? Hi, hallo. Das ist aber süß. Hallo, hi. Hey, hey, ich seh, wie krass. Mädchen, 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 Mädchen. Was geht ab? Hier und da sitzt so eine Bitch dazwischen. Also die Typen meine ich. Ist es deine Bitch? Nein? Er so, ich bin ihre Bitch. Sehr geil. Ja? Auch mit, dass ihr eure Outfits matchen müssen, war sie so, du ziehst das an, was zu meinem Outfit passt. Ja? War das so? Nein? Sprichst du Deutsch? Ja? Ja? Er ist so drin. Ah, okay. Sehr gut. Ich mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Krass! Mach mal Lärm, wir sind bei Nightwash! Yay! Ich wollte nur, ich wollte nur, ich wollte nur, ähm, geil, ich wollte nur überbrücken, weil ich hab meinen Text vergessen, Alter. Egal, hat jemand ein Handy, kann jemand nach einem Witz googeln. Irgendein Witz. Was? Du musst es ausmachen. Du musst trotzdem anlassen. Ich muss erst mal beibringen, wo sind die Kanacken heute Abend? Echt? Keine? Ah, hier, hier, hier. Oh nein, so einsam da, Reihe 3. Wen hier willst du klar machen? Das ist freie Auswahl. Ach, du hast schon eine dabei. Sie, Schatz, wir gehen heute Comedy gucken. Du kommst mit. Läuft Fußball heute Abend? Sag ehrlich. Ja, Abte. Abte. Ach, was wollte ich erzählen? Sind Iraner da? Zufällig der eine Kanaka, bist du Iraner? Nein, was bist du? Zürcher. Ach, ist dasselbe. Aber auf jeden Fall, Türken. Problem ist mit diesen Iranern, also Problem bei mir generell hier mit diesem Bekanntwerden und so, ich wollte das nie. Ehrlich, ich wollte das nicht. Ich hab genau vor zwei Jahren Oktober, vor zwei Jahren hier bei Nightwash bei der Talentschmiede gestanden und das war so ein cooles Publikum wie heute Abend. Und ich dachte so, ach, ich hatte gerade mal ein paar Auftritte so in einem Café und ich dachte, das wird ein nettes Hobby, das wird cool und so. Ich hätte nie gedacht, und wisst ihr, mit diesem Bekanntwerden, damit können Iraner nicht, also ich kann damit überhaupt nicht umgehen, meine Familie schon gar nicht. Überhaupt nicht. Mein Vater, der checkt immer noch nicht den Unterschied zwischen meiner offiziellen Facebook-Seite, ich hab eine offizielle Facebook-Seite und ich hab eine private, die hat auch einen anderen Namen und ein anderes Foto. Mein Vater checkt den Unterschied nicht. Der schreibt auf meine offizielle Facebook-Seite als Beitrag, mein Schatz, da ist ein Brief vom Arbeitsamt gekommen. Du schuldest denen noch 800 Euro. Der Beitrag kriegt so 300 Likes. So ein Typ schreibt so drunter, Herr Amani, ich würde gerne ihre Tochter heiraten. Er schreibt so drunter, ja endlich, hier ist ihre Nummer 017. Dann hab ich so Cousins, ich hab so 18-, 19-jährige Cousins, die nutzen meine Seite, um Mädchen klar zu machen. Schreibt ruhig auf meine Seite, probiert's aus. Egal welches Mädchen auf meine Seite, mein Cousin schreibt runter, ich bin ihr Cousin. Und ich bin viel lustiger als sie. Und das krass ist, das stimmt. Meine ganze Familie ist so lustig, ich bin die unlustigste in meiner Familie. Und seit ich Comedy mache, das hat so die ganze Dynamik in der Familie total durcheinander geschmissen. So alle so, ey, Enisa macht Comedy, wie geht das? Und meine Cousins, die haben grade Abi gemacht, meine Tante macht sich total Sorgen, ob die sich mal demnächst für ein Studienfach entscheiden, ob die studieren wollen, eine Ausbildung, was wollen die machen. Und immer wenn meine Tante rumzickt und sagt, hm, was wollt ihr aus eurem Leben machen, sagt mein Cousin immer, Mama, mach dir keine Sorgen, Enisa ist Comedian geworden. Ich kann alles werden. Ich werd Astronaut. Ehrlich, das ist so richtig krass. Wir sind echt viele Deutsche heute Abend. Ne, ich sehe viele hübsche blonde Mädels. Wisst ihr, was ich an Deutschen so liebe? Also, Moment, wenn ich Deutsche sage, ich bin ja selber Deutsche, also ich bin Deutsche und ich bin Iranerin, Deutschland ist ganz klar meine Heimat, aber ich hab halt so zwei Herzen in der Brust, zwei Länder, zu denen ich eine Verbindung hab. Aber wenn ich Deutsche sage, meine ich natürlich meine deutschen Freundinnen zum Beispiel ohne Migrationshintergrund. Ja, die soll es ja auch noch geben. Ja, niemand ist perfekt. Auf jeden Fall ist... Komm, der war böse, da lacht ihr so. Ihr seid böse. Ich hab euch lieb. Ach. Auf jeden Fall. Wisst ihr, was Deutsche so lieb und so beneid ist? Die sind so schick. Alles, was ihr macht, ist immer so schick. Ihr seid immer so ordentlich. Ihr seht immer toll aus. Und ihr seid so strukturiert im Leben. Und ihr seid pünktlich. Und ihr macht immer alles so toll. Und ihr schimpft auch schick. Wir sind so Bastarduhren und so und dies, das. Aber Deutsche, mir ist aufgefallen, die schimpfen sogar schick. Wenn ein Deutscher richtig sauer ist, aber so richtig. Also wenn er wirklich sagen will, pass mal auf, ab jetzt ist es vorbei mit deinem Leben. Wisst ihr, was er dann sagt oder auch schreibt? Hochachtungsvoll. Ist euch das mal aufgefallen? Hochachtungsvoll ist ein Schimpfwort. Das steht in den schlimmsten Briefen. Das steht immer nur so in so Kündigungen. Wir bedauern sehr, ihnen mitteilen zu müssen, dass bla 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 bla. Hochachtungsvoll. Ich lese das auch immer so, so wie als würde ich der Bastard lesen. Hochachtungsvoll, du Bastard. So ist das doch gemeint oder nicht? Oder auch bei Schulden. Wenn sie diese Summe nicht innerhalb dieser Zeit bezahlen, bla bla bla, dann zerstören wir ihr Leben. Bla bla bla. Hochachtungsvoll. Ich liebe das. Ich habe das übernommen. Ich habe inzwischen so ein Fake-Profil, mit dem ich mich bei Facebook immer selber verteidige. Ich weiß, warum ihr lacht. Ihr habt auch alle eins. Aha. Wie heißt eurer? Meiner heißt Jörg Estenfeld. Eingeschrieben Uni Aachen BWL. Auf jeden Fall verteidige ich mich mit dem. Immer wenn jemand etwas Böses bei mir schreibt, dann schreibe ich drunter. Sag das nicht. Ich liebe die voll. Hochachtungsvoll. Und dieses nicht lustig sein. Also ich sage das ernst. Mich beleidigt das überhaupt nicht, wenn mich Leute nicht lustig machen. Wirklich überhaupt nicht. Das sage ich euch ganz ernst. Weil ich halt nie lustig sein wollte. Und mein Plan war immer, Geschichten zu schreiben, ein Buch zu schreiben, Kurzgeschichten über meine Familie zu erzählen. Ich wollte nie Comedian werden. Und jetzt gibt es Leute, die schreiben mir so auf meine Facebook-Seite so als Kommentar. So öh. Kennt ihr diese Leute, die diesen Kommentar so anfangen? So öh. Die ist voll unlustig. Voll untalentiert. Völlig überbewertet. Die sieht einfach nur gut aus. Ich schreibe so drunter. Oh, danke schön. Ich freue mich so voll. Ich mache so ein Screenshot. Schicke das zu meinen Freunden. Ein anderer schreibt so was. Ich finde, die sieht überhaupt nicht gut aus. Aber ich halte die für sehr intelligent. Ihre Gags sind sehr gesellschaftskritisch. Ich so, was? Kommentar löschen? Wie? Die sieht nicht gut aus. Nutzer sperren? Ich melde denen wegen Rassismus. Kann man machen. Man kann die melden. Die... Naja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, Mann. Dieses ganze Comedy-Ding ist sehr, sehr schwierig. Und dann hat jeder eine Meinung zu dir. Ihr wisst nicht, wie schwierig das ist. Alle kennen das. Luke kennt das. Tanir kennt das. Uli kennt das nicht. Aber alle kennen das. Alle kennen das. Jeder hat eine Meinung zu dir. Die Leute. Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe den. Mann. Ich bin gut geworden so spontan. Ne, Luke? Der war eben einfach so aus dem FF. Krass. Krass. Vielleicht bin ich doch lustig. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dieses Meinung-Ding ist echt schwierig. Du hast eine Facebook-Seite und jeder schreibt so, äh, warum hat die das an? Warum hat die das gesagt? Warum hat die das nicht gesagt? Warum hat die das? Und ihr wisst nicht, wie schwierig das ist, damit umzugehen. Sehr schwierig für mich. Ja? Und auch dieses, wie die Leute immer alles überwerten. Ich sage mal, bitte, zwischen den Zeilen lesen. Nicht immer alles so genau nehmen. Und wie hat die das? Und ein bisschen lockerer. Das ist alles nicht so böse gemacht. Zum Beispiel, meine Generation sagt ja gerne behindert. Wenn wir irgendwas, ne? Manche nicken so, ja, mhm, ja. Also manchmal, ich weiß nicht, also sind das nur wir Kanacken? Nein. Wir sagen manchmal oft so, boah, das ist voll behindert. Aber, aber, natürlich ist das, geht das nicht. Es ist nicht gerichtet gegen Leute mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Ganz im Gegenteil. Es ist, damit ist nicht gemeint, behindert. Damit ist gemeint, behindert. Okay, das ist, das ist was völlig anderes. Was völlig anderes. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das nehmen einem immer nur die Leute übel, die überhaupt nichts am Hut haben. Leute, die wirklich behindert sind, das sind die lockersten. Also ich habe oft bei meiner Show Leute sitzen mit, äh, mit Behinderung. Dann sitzen Leute im Rollstuhl in der ersten Reihe. Ich sage euch, das sind die lockersten, coolsten, witzigsten Menschen. Die, die lachen mit, die freuen sich über alles, die sind so locker. Ich habe, ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe eine Comedy-Show gespielt, ähm, für eine Firma. Es war so eine Weihnachtsfeier. Und es waren sehr, sehr viele Menschen. Und ich habe an dem Abend richtig ausgeteilt. Gegen Iraner, gegen Deutsche, gegen Schwule. Da war ein ganzer Tisch mit Schwulen und die immer, noch ein Schwulenwitz, Sinisa, noch ein Schwulenwitz. Auf der anderen Seite war so ein Tisch mit Muslimen, die immer, ah, staff for the love, staff for the love. Aber es war, es war, den haben nur wir zwei verstanden. Aber trotzdem, der war, der war, der war, der war, Und rechts saß eine Dame, ähm, die Sandra, Namen werde ich nie vergessen. Ich habe sie nach der Show gefragt. Der hat ein Arm und ein Bein gefehlt. Und die saß dann, die hat auch den ganzen Abend nicht gelacht. Und, ähm, ich habe auch in die Richtung überhaupt nichts gesagt. Ich hätte mich nie getraut. Irgendwie so, keine Ahnung. Nach der Show kommt sie zur Autogrammstunde und dann sage ich, wie heißen Sie? Sagt sie, Sandra. Ich so, Ihnen hat die Show nicht so gut gefallen. Sie haben nicht so viel gelacht. Sagt sie, ehrlicherweise fand ich Ihre Show ein bisschen behindert. Äh, ich, 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 ich sage euch, das hat sie wirklich gesagt. Ich war so schockiert. Ich guckte sie an. Ich so, krass, warum? Sagt sie ja, weil sie haben gar keine Behindertenwitze gemacht. Ich habe mich mega ausgeschlossen gefühlt. Und ich so, krass. Ich so, gut, steh auf, dann erzähle ich dir einen, ja. Danke, Neidwurst. Vielen Dank. Elisa Abadie.